deshalb war da ich will auch okay also sabrina was einstein neben dem trailershop ja ich habe es genau gesehen hast du gar nicht ich habe immer noch bleibt da bin ich doch gar nicht ich habe doch noch ist aber bis ja ja ich koche jetzt hier ich komme auf die falsche taste kommst du immer auf richtig ich höre immer irgendwelches geknalle ja ich schieße quallen ab frohes noise quallen fischen pascal ja das bin ich du blöde qualle wieso gehst du nicht tot söh höh ha 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 echt ich hab dir selber mit weihnachtraum abgeknallert wo kommt die weihnachträume alle her aus meinem arsch ohne witz wer hat sich selbst abgeknallert nicht in engen räumen benutzen die töten euch selbst warte wo ist das radio ich werde es ausschalten irgendwo läuft die musik ja hier oder ich würde da weg gehen stefan warum und mein hast du mir bescheid gesagt ja so bin ich nicht gemacht der peter die geworfen hat ich so nicht verarscht ja alles klar peter du bist siehst du der peters schon wieder total arg und will töten das ist wieder so richtig okay das war keiner von euch das war sabrina aber ich weiß nicht was das war aber du da du warst habe ich doch gar nicht gesagt was der küche durch ich habe ich ja ich höre zombies wie geht das denn ich glaube sagen bestimmt gerade durch ihre eigene machen wir sagen wo freischießen lassen wir hier durch das portal runter ich höre hier ganz viele kreuzer ich höre hier ganz viele kreuzer und schreien folge wo ist denn nochmal die kühlkammer wo ist denn nochmal die kühlkammer ja wo ist das dann wo ist das euch ich nehme mal lieber die shotgun tu mal lieber die shotgun mama ich habe ihr giftgas gefunden oder die giftgas wo ist sie denn ich suche auch gerade versteckt vor allem aber wo weder ich habe den raum wo denn jeder in der küche kann treppe runter gehen ja aber wie kommt man von unten da rein aber achtung die steht da rechts ganz also wenn man da reinguckt genau rechts da hat ich gerade geschossen aus dem dunkeln raus habe ich dich überhaupt getroffen die hat eine karte ich habe die gedrückt getötet aber die kommt wieder das ist ja traurig das versteck ist voll wies da sieht man dich gar nicht ja also ich musste erst ich musste erst mal fünf sechs monster abschließen gerade nein stefan geh da raus stefan geh da raus wie viele runden hat eine eine folge jetzt haben wir noch zwei haben wir noch also haben wir schon zehn ist das jetzt die zehnte runde ja quasi ja dass in dieser und in zehn runden stefan und ich nur einmal traiter waren und der rest ich war zweimal traiter das ist vielleicht dann bist du vielleicht jetzt traiter kann das sein so nach der die kriegst du nicht guck mal was ich habe was hast du denn wegen einem 16 streitet ihr euch da lag ein shotgun im 16 hingeschmissen ich habe auch eine shotgun das karl hat mir nicht gegönnt interessiert kein ich muss dir was zeigen ja warte 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 erst zeige ich dir was guck mal guck mal ich zeige euch auch was warte warte ich will nicht ausschließlich auf euch schießen ok was habe ich hier richtig einen mc10 ui 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 quic wic ui ui � ihr habt euch da irgendwann überlegt der peters wieder leise und kommen mit stefan ich muss ich habe hier was gefunden das muss ich dir zeigen peter oder sabrina ne sabrina kann es nicht gewesen sein weil es geht nicht durch die scheibe dann ist peter meinst du wirklich ja ok leute stellt euch nicht an den herzen das ist nicht gut schwein ich will dir was zeigen stefan kommt und ich tanze du kannst in der zeit ruhig weiterreden ja stimmt du könntest ja nützlich sein ich werde ich sagen das war die fünfte traiter und er ist wieder weißt du so bock den rennen zu killen der wagen studieren da habe ich aber angst du ich würde ich würde tun ich möchte noch anreiz das doch verschieße doch nicht nach wie sich den anreiz schießt er jetzt schon wieder auf mich was soll anreiz ich schieße aufs zurück du hast immer noch nicht getroffen ach so der wartet bis ich tot bin und dann schießt er einfach peter hör auf alter guck ich habe ihn getroffen endlich ja warte dann bleib stehen peter peter bleib stehen auf wie viel habe ich dich geschossen 72 du hast noch 10 oder mit unseren zahlen zusammen sind wir nicht so ungefähr sabrina ist es glaube ich ne schon wieder und worum liegt es nur wie bei mir nur einer die desert geklaut habe am anfang richtig richtig gerade im trader shop basis vor und zurück gelaufen ja ja und sie ist hier vorne gegen so ein käfig gelaufen dabei ja 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 aber ja aber absicht weil ich dachte vielleicht kommt man da irgendwo rein wobei stefa hätte er sich aber vielleicht heftiger gewährt obwohl ja dann bist du sonst gerne glauben aber bin ich nicht das hat gepasst wie sie daher gelaufen ist und wir beiden auf dem doch wieder nur anderen rum da musst du dich hören ich muss den fans doch was bieten ja das war's ja wieder